Und wir arbeiten immer auf beiden Ebenen, relative Ebene, absolute Ebene. Auf der relativen Ebene ist da Regina mit der guten Absicht, Liebe und Mitgefühl zu kultivieren, das Bewusstsein zu erwecken. Auf der absoluten Ebene ist da weder Regina noch Nils, sondern ist nur was ist. Und die Kultivierung von der relativen Ebene geht einher mit der Erfahrung der absoluten Ebene. Solange dieses Gefühl von Hoffnung und die Spiegelseite, die Spiegelenergie von Hoffnung ist Angst, solange Hoffnung und Angst aktiv sind, würdigst du das auch, indem du das, was Stefan auch gerade gesagt hat, du integrierst das direkt ins Training. Zweifel taucht auf, Training. Verwirrung taucht auf, Training. Es geht um die Absicht. Wenn du mit Hoffnung übst, Hoffnung ist im Samsara, ist der Klebstoff des Samsaras. Weil mir Angst, Begierde und Unwissenheit immer darauf basiert, dass es doch morgen vielleicht besser wird. Und wenn ich jetzt noch zehnmal Trong nennen bin, dann wird es doch vielleicht besser. Und wenn ich noch siebzehnmal Low-Jong mache, dann wird es doch vielleicht besser. Und dann bin ich irgendwann befreit oder fühle mich besser oder, oder, oder. Das ist aber genau die Geisteshaltung, die das Problem hervorbringt. Und deswegen, aber du kannst immer so ein bisschen damit spielen, mit der relativen Ebene, wo als Mensch natürlich es ganz natürlich ist, dass da irgendwie viel Hoffnung ist. Und das aber einfach als menschlichen Aspekt betrachten, ins Training integrieren und dir gewahr sein, dass es ja auch noch etwas gibt, was über Hoffnung und Angst hinausgeht. Nämlich, nämlich, und nichts, dass jetzt nichts abgefahren ist, sondern etwas einfach, wo du dir bewusst wirst, dass du dir dessen bewusst bist. Du bist dir Angst und Hoffnung bewusst. Also da ist ein Bewusstsein im Hintergrund, dass sowohl Angst als auch Hoffnung wahrnimmt und ermöglicht. Und wir sind sehr darauf konditioniert, immer direkt auf die Erscheinung im Geist zu schauen, also zum Beispiel auch das Gefühl von Angst oder Hoffnung. Und vergessen die absolute Ebene, nämlich der Raum des Gewahrseins oder das eine, dass sowohl Angst als auch Hoffnung ermöglicht. Und die Leitsätze im Blutjong, die sind schon so angelegt, dass genau, ja, das passiert nicht. Dass alles, was du an dem Konzept von Hoffnung und ich muss irgendwie was verbessern, an die Oberfläche tritt. Nicht, damit du nicht, ja, wirklich zum höchsten Wohle aller wirkst, sondern damit dir all deine begrenzenden Muster und Ängste bewusst werden. Denn die andere Seite von Mitgefühl, wenn wir Mitgefühl und Weisheit entwickeln, ist immer Furchtlosigkeit. Und in dem Studienbrief ist ein schönes Zitat von der Pema Schöderin, deren Bücher, das ist sozusagen eine moderne Perspektive auf dieses Training, sehr empfehlen kann. Die sagt, Furchtlosigkeit ist nicht das Überwinden von Angst, sondern sich des Ursprungs von Angst bewusst zu werden. Und der Ursprung von Angst ist die gleiche Instanz, die hofft. Und der Ursprung von Angst ist nicht das Überwinden von Angst, sondern sich des Ursprungs von Angst, sondern sich des Ursprungs von Angst, sondern sich des Ursprungs von Angst. Und der Ursprung von Angst ist nicht das Überwinden von Angst, sondern sich des Ursprungs von Angst.